Wir sehen uns in der Hölle, als ich da hinkomme, eins am Boden! Donate. McGregor, die Stahltür aufmachen! Toch, McGregor. Na, dann da ja. Ich glaube, wir haben ihn noch. Ja, ich kann von ihm schütteln. Wohoho! Was soll man da machen? Schalten wir Deutschland-Murder-Teams aus. Das war üblich. Los, los, los! Schalten wir Deutschland-Murder-Teams aus. Das war üblich. Los, los, los! Linke Seite. Okay, wir wollen alle dahin, also müssen wir da als Wünschen sind. Deutsche! Neben den Satzern! Nordwestlich von hier! Danke! Fahne, Leute! Leute, ich bin unter dem! Erdgeschoss! In dem verstörten Gebäude! Schaltet die Deutschen aus! Eine Granate! Lauf! Ja! Gut, den haben wir ausgeschaltet. Oh Gott, da steht wieder scheiße. Fahrzeug. Das ist ein Maximum mit dieserusa. Leider. Der Staat. ברים. Und den Gloaz! Ente baikiert! Benut durst duvo wie vor! Boah. Gute Arbeit, Jungs. Los, wir müssen das Feld HQ in Norden einnehmen. Nehmen wir den Feld, der Feld HQ ein. Okay. Kürzen Geräusche. Ich habe einen! Ich habe einen! So viel zu den Leichen, Herr Jungs. Das Kammerhaus ist aufs Herbststück, Herr Jungs. Ja, genau, fang hier. Stehe da hinten? Da ist dein Kopf bloß drinne. Hier kann er mich nicht erwischen. Aufnen. Na genau ist das. Dein Griffculpte. Wasser, du... Männerboden. Ich hab' ne größere Inseln aus dem Netz zu begraben, Tommy! Hey! In den Kopf! In den Kopf! Nuh-uh-uh! Auf meine Position! Los! Hey, hallo! King Six an Easy Six! Wir haben unser verdammtes Ziel eingenommen! Ende! Verstanden, King Six! Achtung! Weitere freundliche Patrouille nähern sich Ihrem Sektor! Verteidigen Sie unsere Flanke gegen deutsche Gegenangriffe! Sie müssen uns genug Zeit verschaffen, um den Rest der Division in Sicherheit zu bringen! Ende! Ihr habt es gehört! Bezieht Verteidigungspositionen im Bauernhaus! Los! Sie kommen vom Süden aus! Sucht euch eine gute Position und macht euch bereit! Feint sich hinter Dreh! Deutsche! Geht an der Verborgenmauer! Schaltet die Deutschen ab! Ja! Nicht erwischt! Scheiße! Noch mehr Deutschen kommen über die Ostseite! Hinter der Verborgenmauer! Boah! Verdammt ey! Drei Minuten noch! Ich komme sogar hoch! Schöne! Schöne! Chöne! In der anderen Seite! Anm Boden! Halt die Mechanisträger! Schöne! Drei Minuten noch nicht! Schöne! Ja! Wir brauchen die Hände nicht! Halt! D Prabder! Die Leute! Meine kaputte Tower! Südlich von uns! Fein kaputten! Scheiße! Noch mehr dürfen kommen über die andere Seite! Fein kaputten! Südlich von uns! Die Forthilfe, er wurde getroffen! Die ist der Core-RP! Ich habe alles unter Kontrolle! Mann, wie viel kommen denn denn da noch? Leute, Truppen! Hinter der kaputten Mauer! Im Süden! Den Penner habe ich ja! Leute, kommen wir nicht auf! Danke! Wir brauchen ja noch Hilfe! Wir kommen denn da! Hinter der kaputten Mauer! Keine Reise! Deutsche Truppen! Ich fühle es! 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 Nein! Fuck! Immer noch drei Minuten! Loaaay! Haltet eure Positionen! Zur unserer Liebung! Ohaah! 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 Scheiße! Noch mehr Leute kommen über die Hauptseite! Vorsicht! Granate! Bei der kaputten Mauer! Beide aus die Truppe der Hauptseite! Deutsche kommen über die Hauptslanke! Wir brauchen hier etwas Hilfe! Deutsche! Auf der anderen Seite der kaputten Mauer! Südlich von uns! Deutsche Granate! Ja! Die haben sogar Granaten gewinnen lassen! Sehr schön! Schon wieder keine Inkliken! Die Granaten oder sowas? Von der kaputten Mauer da! Südlich von uns! Ein um! Den Ende habe ich gewissen! Ein MD42! Den seit seiner bunten Mauer! Nicht schon wieder! Nein! Jetzt hänge ich da an der scheiß Tür fest! Das ist doch nicht wahr! Wie ihr jetzt wieder da seid! Oh Gott Mann! Was? Was? Stopp! Hilfe! Du hast mich bei euch! Habe eine! Ich hab das nicht dabei. Ist der Granat irgendwo hier? Ja, danke Gott, da kommt ein Panzer Alter Alter 50 Sekunden Ich habe den Handel abgehört, aber ich habe den Handel abgehört. Ich habe den Scheiß-Kanzler gemacht. Sie sind wieder am Arsch! Sergeant Davies! Nach links! Und schalten Sie der Panzer! Los! Deutsche Infanterie! Du hast dich von uns! Ab die Panzer! Oben liegt eine! Warte mal, ich bin noch mal oben! Geh weg! Sprengstoff! Mann am Boden! Die Leute Infanterie! Da drüben! Bei der kaputten Mauer! Jürgen! Warum ist das Ziel da? Halten Sie so viel aus? Wieso ist sie ausgelöst? 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 Luis! んです